aber es geht leute was geht ich will nicht mehr sagen man ich komme zähne ich will ich will gar nichts mehr sagen ich werde so lange ich nicht auf tütt bin gebe ich keine sachen mehr anleger ich komme und gehe ich will ich sage in etwa war nicht wieder da bin aber nicht mehr und nicht weniger weil ich einfach keine verpflichtung mehr haben möchte ich möchte einfach nicht mehr hier recht habe ich habe so schon so oft keine lust auf stream liga und wieder mich genötigt mehr oder weniger gezwungen zu streamen war immer irgendwer schreibt spiel stream 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 viel zu viel alter und inzwischen setze ich mir schon zu zeiten dafür stream und wenn ich die wenn ich dann nicht eigentlich habe den esc noch nicht gemacht ich mache den morgen mittag keine ahnung wochen spinnt auch maler kann ich mehr als 22 munition tragen ich will auf deine dummen fragen nicht antworten ganz einfach ich will deine ganzen dummen fragen nicht antworten karl heinz ich reagiere doch nicht ohne grund nicht auf ich will einfach alles was du schreibst ist für mich dumm und mit nicht alles aber 90 prozent schreibst du bullshit du willst mich will irgendwie triggern für irgendwelchen politik scheiß digger mich interessiert nicht digger es ist mir scheißegal die gab die afd 10 prozent 15 100 hat das mir scheißegal es ändert sich eh nichts also da kannst du dich an den kopf fassen digger ich nervt mich nicht und ich will kein werter werden für ein knast ich bin zufrieden wie ich gerade ist gerade neu verstehst du das nicht geht das nicht in einen dummen schädel rein ich brauche keinen neuen job digger ich habe einen guten job ich habe sogar zwei gute jobs sehr gute jobs ist mir egal digger dann geht am knast digger was willst du von mir digger ehrlich nur spinner digger ist echt krank genau wegen sowas habe ich keinen bock mehr zu streamen digger macht echt kein spaß digger online nur bullshit gelaber ich kriege bei beiden jobs mehr als mindestlohn geht das nicht in deinen schädel rein und ich weiß nicht was bei dir los ist digger ich habe immer das gefühl ihr habt alle irgendwie seid nicht alle austherapiert oder so digger es muss doch irgendwo nach dem leben so wärmlich sein was kehrt dich denn den ganzen tag was ich für geld verdiene digger was interessiert dich das warum willst du das willst du dass ich irgendwas anderes mache warum digger ehrlich beantworte die frage mal ehrlich warum warum machst du dir gedanken um meine berufliche laufbahn warum warum interessiert dich das ich verstehe es wirklich nicht das ist wirklich ja wir haben doch nicht gegrillt aber wir haben nur zusammen gekocht perfekt morgen muss ich es machen also gar keinen bock also es sind also nicht officer prüfung jemanden ich bin das neue mit zwei wochen aber ich habe keine zeit oder ehrlich ja und ging mir damals auch so gut ich bin drin drei direkt eingestellt worden ich war schon zwei dreimal wieder aber ist ja ja wo ich jetzt immer da war ich auch halt aufrüschung und immer wenn ich komme machen die den verfickten wachkonvoi ich dann immer wieder pennen und so ich muss streife fahren um ein paar sachen reinzukriegen so routine dinger ist so wie welches fahrzeug darfst du mit was machen und ich wusste aber zurück mein gehörner schrecken aber ab den ganzen scheiß 50 mal gehabt aber ich muss immer überlegen wasser und dann zum beispiel hier sowieso polizeigesetze hier mit dienst gesetz und so ein bums bin froh dass ich den scheiß alles nicht mehr hatte ja jetzt für eine kraftfahrzeuge ohne lizenz und geschwindigkeit wie wird er offen aktuell und schauen wir jetzt mal kommt sofort natürlich ja alles gut was auch folgendermaßen ja wenn sie mal wieder bei der polizeilichen maßnahme entfernen sie sich mal von der polizeilichen maßnahme ist eins kommen aber einmal bitte ganz kurz zu sein wenn wir klären dass wir fix ja also folgendermaßen der transport hat sich hier andersweitig geklärt ihr müsst nach der sg fahrt nicht wieder zurückkommen ich bedanke mich aber das fahrzeug müssen wir aber abschleppen aber hier ist soweit auch immer außer dein kollege hat ein führerschein dann dafür dass jeder beschadet ist wo er ist kommt er hat keinen führerschein dann nehme ich das auto auch ja irgendeiner von den drei hat schon einen ist davis 2 im funk kommen wir sind im funk aktuell in der kontrolle das schon ergibt dass das könnten sie nach der kontrolle ein abtransport tätigen kommen natürlich natürlich hat mein herr im führerschein hallo wieder hier das neue stimmen da war ja 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 da habe ich direkt gemerkt also ich hab doch sofort deine stimme erkannt wer hat angerufen ich bin jackson er war das denn jetzt 85478 854 854 854 francesco martoni froning die schimmelige motorrad streife kann sein was weiß ich ja dann zeigen sie das doch mal ganz kurz dem nein nein auf keinen fall geben sie mir was die sachen sind ins fahrzeug zu legen da sind sie sogar verpflichtet ja dann ist es halt nicht da drin mein gott gehen wir nicht auf die eier wenn sie nicht der beleidigen das gibt es die beleidigung alles gut ja aber das ist einmal die beleidigen und das ist eine ganz normale klamotte hier ja ein bisschen kontrolle machen ja da bist du jetzt nicht hier ausrasten nur weil ich bleibe leiding da da hab ich ja gar keine leidigen alter so soll in der scheiß jetzt hören sie mal auf mich irgendwie blöd zu machen ja ok ja geklappt kannst du deine deprifilme woanders schieben soll in der scheiß nehmen sie dich mal man ey welchen film meinst du denn hallo hallo moin moin sag mal was ist mit deinem est ja mach ich morgen hab ich mit bangster abgesprochen morgen mittag mach ich den weil ich erst heute nach Hause komme ja alles gut alles gut morgen 17 Uhr mach ich den ja kannst du bitte ins Detektive Prokommst Detektive Prokommst ganz gerne mal mit dir sprechen wir haben irgendwas ey ich war ey ohne Scheiß ihr rollt mich oder das ist doch schon wieder ein Dreh ey ich komme ja ich bin gleich da nein nein also ich hab damit nichts zu tun das ist Detektive Sache ich komme gut ok na dann ja ab hier leider zu Fuß ne jo schönen Tag dann ruhigen Abend noch ne jo ciao jo es ist nichts anderes zu tun Alter fahr mich mal zum PD Alter was denn ich muss schon wieder ins Detektive Büro ich weiß nicht warum Digga ich war zwei Tage nicht da Digga hier wird sich immer was ausgedacht oder so hab ich das Gefühl Digga ich raste hier aus ne ich bin auch alle zwei Tage da und ich hab nie was vor ey ich war gestern nicht da ich war vorgestern eine Stunde da Digga ich weiß nicht alter wie zur Hölle dich da überhaupt so oft hinkommen kann das ist mir echt bei allen Rätseln was hier abgeht Alter jedes Mal Alter ähm was ist das so als wir verbrochen haben ich hab keine Ahnung sag ich mir nicht am Telefon werde ich gleich WL stellen gut vielleicht kommen sie mir gleich weil ich pennen gegangen sind wegen dem Waffenkonvoi oder so ich hab keine Ahnung alter ich weiß es nicht das kann dir ja keiner darlegen das ist ja ganz klar das äh äh vorhin ist uns mit zu gehen und das sich ähm ach das ist egal ich glaub mir ich war schon so oft beim PD Digga Detektive Büro ist schwierig die nehmen natürlich auch hier in Schutz und so aber ich weiß nicht mal was Sache ist hier aber das Gericht völlig ne was halt nervt ich hab keine Zeit ich wollte was lernen ich krieg die Scheiz hier so nie durch ja wenn ich hier jedes Mal Waffenkonvoi jedes Mal Detektive Büro jedes Mal geblubber oder irgendwelche Abtransportkacke weißt da lernst du halt nix ne da kriegst du keine Aufbrüche weil du keine Praxis kriegst weißt du was ich meine ja das äh wie lange meinst du dauert das Thema keine Ahnung ich hoffe schnell ich schreibe wenn es länger als 10 Minuten sind äh 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 ich hab keine Ahnung vielleicht ist es wieder für Content oder so ich weiß auch nicht ja bitte erst mal warten sie bitte draußen wir rufen sie rein wenn wir soweit sind ja jetzt Jackson sie können reinkommen ja gut ähm wie sie grad selber mitbekommen haben waren wir noch was am abklären deswegen das nächste Mal sollten wir sie ins Detektive Büro bitten stellen sie sich einfach vor die Tür wir kriegen das schon mit und wir holen sie dann auch gerne rein ja ist das ein bisschen schwierig wenn wir hier Sachen noch am klären sind und dann äh Leute dazukommen für dessen Ohren das nicht bestimmt ist haben sie bestimmt Verständnis für ja gut ähm wir haben ein kleines Anliegen an sie ich glaub diesbezüglich wurden sie nicht befragt ist auch eigentlich in dem Fall nicht von Nöten sie wurden kontrolliert von uns und dabei ist uns aufgefallen dass sie in ihren Waffen zu wenig Munition mitgeführt haben geht nicht ist ein Fehler habe ich jetzt schon fünfmal versucht habe ich vielleicht auch gezeigt ist nicht machbar ich kann nicht mehr äh Munition reinmachen ich hab's probiert wir waren hinten in der Waffenkammer ich könnte hintergehen jetzt ich zeig's euch direkt nicht wissen sie woran das liegt nein weiß ich nicht ich hab's mehrfach versucht lass mich raten wenn du läufst hast du auch Seitenstechen ne äh meinst du wenig trainiert ne ich schick dir nein das meine ich schick dir mal einen Grünzelle ja das kann möglich sein aber daran wird's nämlich definitiv liegen also also aber ich hab's zehnmal Munition gekauft hab irgendwie Geld geht ab Alter nutzt das auch verbraucht die auch und in der Waffe tut sie nix ähm ist eigentlich aber bekannt dass man das braucht pass auf du hast in Grünzelle gelesen ja notier dir das das brauchst du definitiv ansonsten wird das nicht funktionieren wir möchten genauso wenig wie du dass es dazu häufiger kommt macht ja auch Sinn ähm die Problematik ist halt relativ simpel ne sollten wir einen relativ großen Einsatz haben ich merk's ich hab über 1000 Schuss dabei die sind fix weg ja grad wenn man irgendwie mal aus dem Heli schießt oder was weiß ich nicht dann ist das so gut wie nichts wenn man weniger hat ist das schlichtweg nicht nur für einen selber sondern auch für die Kollegen äh gefährlich dementsprechend haben wir uns wie krieg ich das am schnellsten jetzt ja ähm wir haben aktiven 10.18 äh die Maus im Junghaus gehen wir nach K2 vorbei nein liegen ab am Unicorn Richtung Wiffelpark dann jetzt wieder äh die Suchmaschine und such das und dann findest du deine Schritt für Schritt Anleitung okay ähm nichtsdestotrotz wir haben uns da besprochen ja du hast es jetzt erklärt ich verstehe das das ist okay nichtsdestotrotz kennt man diese Problematik in der Regel deswegen haben wir uns äh dazu entschieden Geldstrafe 3 anzuwenden das ist bei dir tatsächlich nicht so viel das sind 100.000 ihr verarzt mich oder? entweder mir oder meinen Kollegen überweist oh ich hab echt keinen Bock mehr ehrlich wir sind auch nicht hier um zu diskutieren und ist alles gut äh sag sag Flash war schön ich ich klär ne ich rede nachher mit Flash lass mir nachher Papiere geben alles gut ich hab echt keine Zeit für sowas wir können ihn gerne herholen das ist kein Problem es geht nicht darum ich hab keinen Bock auf sowas ich hab keine Zeit für sowas ne wegen dem wegen dem wegen dem ne ne hier wird gemischt mein Freund das ist das eine ist ein technischer Defekt den hier rein zu bringen ist totaler Schwachsinn äh der Herr Jackson möchte gekündigt werden ja bitte wie gesagt was er hier macht ist ICOC das hat nichts mit eurem Play zu tun was ist denn ICOC du sagst ich brauch safe game Digga alter und bringst das ins RP mit rein weißt aber dass ich es hier gar nicht haben kann dann musst du sagen dass ich mir eine größere Tasche holen kann oder irgendwas also bitte bei allem Respekt und dann willst du mir eine Strafe für dann willst du mir eine Strafe für 100k reindrücken alter für eine Sache die außerhalb vom Spiel ist also bei allem Respekt ist es okay alles gut ich war dreimal wie die viermal ich weiß genau wie das hier abläuft auf dem Detektiv Büro es ist immer das gleiche ich war 20 Stunden da hier die Woche wie gesagt sucht euch nur ein bisschen was alles gut dann machen wir es gleich ich hab keinen Nerv für sowas sorry wie gesagt wenn ihr euch einen aussuchen müsst den ihr noch ein bisschen reinrücken wollt oder so wegen der Drohne oder so ist alles gut aber ich hab da die Paxe voll für sowas 100k wegen einer ICOC Sache ne ne das stecken wie gesagt ich versteh nicht was das ist ja ja du brauchst doch nicht so tun du hast das oben gerade geschrieben grüner Zettel damit hast du schon reingebracht ne grüner Zettel ist aber was anderes es gibt keinen grünen Zettel mein Freund sowas ist zu ignorieren eigentlich und das halt ist ja moin moin die Herren wollen mir 100k Strafe geben weil ich safe game nicht habe und betreiben damit ICOC mische was ja so einmal ganz kurz äh Jackson kurz raus ich kläre das ganz kurz mal mit von wem denn wo hat er sich denn eingetragen so Jani war schön mit dir wir sehen uns ja mit Absicht ja prinzipiell ist es ja nicht schlecht warte wenn es im Fett ich sag euch eh ich hab da ich hab da gar keinen Nerv mehr irgendwie zu betteln hier bei irgendwelchen lütschern oder so die 200 300.000 stunden gebleibt sind ich hab kannst du mir die Tee wegwischen ich hab da keinen Dunst mehr drauf die sagen ich sage denen ich kann nicht mehr tragen ja im RP und dann sagt er mir ich brauche safe game und dann gibt er mir für was ich safe game nicht habe eine Geldstrafe ihr habt da wohl eh und da murmel alter also bei allem nötigen Respekt hier Shepards wohl die Gehirnzellen alter schmeiß mich raus fick dich alter scheiß drauf ich habe eh keine Zeit für so ein Mist hier ja ich hätte gern mehr gemacht aber wenn wenn hier von Grund auf alter direkt alter sowas gemacht wird digger dann schiebt sie in die Rille ja das geht nicht um easy ich hätte es ja sofort geholt aber dass sie mir jetzt eine 100k Dingsstrafe geben weil ich keine Munition tragen kann weil ich eine anderthalb Jahre nicht GTA war und safe game nicht habe also das ist einfach Schwachsinn Jackson komm mit rein so folgendes Jani du stehst hier in der Mitte ja danke du wirst sanktioniert weil du in drei verschiedenen Kontrollen deine hier bereits mitgeteilt wurden dass du mehr Munition mitnehmen sollst und ich habe ich habe dreimal gesagt dass ich nicht mehr tragen kann und erst jetzt das ist das erste Mal dass mir gesagt wird ich brauche und ich war anderthalb Jahre nicht da und habe vergessen dass ich es brauche okay hast du dich denn irgendwo erkundigt weil wenn es dir ein Vorgesetzter sagt dass du nicht Munition dabei hast dann ist es ja wahrscheinlich auch von deinem Interesse zu erfahren warum das denn so ist ich bin zweimal hinter gegangen und zweimal ging es nicht da hieß es das geht erst später ich muss trainieren dann ging es nach dem trainieren auch nicht und heute bin ich erst wieder ich war gestern nicht da ich war vorgestern nicht da so ja aber das heißt eben halt du hast dich da nicht genügend hinter gesetzt wie sowas halb warum etwas so ist ja tut mir leid bin nur noch früher war ich mehr da ja ändert aber nichts an der Tatsache wenn man es wenn man es wenn man es Auge genau zudrückt auf der einen Seite dass ich zu wenig Munition dabei habe ist richtig ändert aber nichts daran dass dieses Programm nicht hier ist sondern eine mechanische technische ja ja aber dann darf er es hier nicht verwenden Punkt dann muss er sagen ich muss mir einen großen Rucksack holen oder soll mich erkundigen wie soll man dir sonst helfen wenn man wenn man das hier nicht erwähnen kann so in gewissen Maßen dann muss man dir das ja nicht mitteilen können wenn du das nicht anders verstehst dann nicht verstehen theoretisch gesehen ich zitiere mal damals Brinkmann und Co da haben die mich ins Support geholt und haben es mir da gesagt das ist nämlich eine Support Sache weil das nämlich eine technische Sache ist die hier nichts zu suchen hat und die normalerweise gar nicht ins RP eingebaut werden darf Punkt ist ja auch schön und gut das weiß kann ja nicht nicht jeder weiß also ich sag mal so gefühlt 95% der Leute die hier leben die wissen das dass man jetzt bei dir dass du jetzt einer der 5% ist das konnten die Jungs jetzt hier nicht wissen nichtsdestotrotz wenden wir jetzt das an was wir hier erfahren haben dementsprechend ist jetzt alles andere klammern wir jetzt einfach mal aus weil das ist egal und nichtsdestotrotz ist dann eben halt der Punkt dass du nicht mehr als 250 Schuss dabei gehabt hattest alle anderen haben das außer du dementsprechend ist ja irgendwas bei dir was nicht stimmt da hättest du letztendlich mal hinterfragen können warum das so ist hast du nicht getan dann dementsprechend gibt es da jetzt auch eben halt die Sanktionen für das kannst du dir jetzt überlegen ob du das annehmen möchtest oder nicht die Sanktionen weiß nicht alter ich sag es jetzt es fängt an wie damals es macht mir wirklich es ist nicht böse gemeinde so unabhängig 100k scheiß ich ne ich habe mich juckt das ich überweist ja 3 Millionen oder so ja aber ich finde das echt ich finde das hart das hier wegen so und das nein du weißt genau so gut wie ich dass man das hätte anders lösen können guck mal also erstmal finde ich das absolut respektlos dass du mir jetzt hier so vorkommst und sagst von wegen diese die 100k pissig das ist so scheiß wenn ich das nicht so war das nicht gemacht so war das nicht gemeint ich meinte im sinne es geht mir nicht um das hallo du lässt mich reden du redest nicht mir ins wort da hab ich keinen bock drauf so fangen wir hier gar nicht erst an entweder ich sag dir jetzt einmal wie es läuft du akzeptierst das jetzt die Sanktionen das sind jetzt 100k und ein Strike oder du kannst wie du es eben halten möchtest eben auch aus dem LSPD rausgehen das ist deine Entscheidung was überlasse ich dir ich gebe dir jetzt die Möglichkeit 5 Minuten raus zu gehen dann kannst du dir das in alle Ruhe überlegen und dann kannst du gerne wieder reinkommen und dann sprechen wir drüber ich verstehe es wirklich nicht man kann ja eh nicht sagen weil es ist Ehegeburt was ich sage geh kurz raus 5 Minuten überlegt was soll ich überlegen ich habe einen Strike ich habe noch nicht mal den EST gemacht Digga den machst du ja morgen alles gut geh jetzt raus 5 Minuten überlegt das dann kannst du dir das und dann sagst du mal alles das wäre ausgeschlachtet für könnten Digga ich habe keinen Bock mehr Digga ehrlich ich habe eh keine Zeit eigentlich das weiß ich nicht oh ich will es eh nicht oder sollte ich sagen ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr ne geht nicht um den roten Blick Digga es geht einfach um dass hier ICOC Sachen gemacht werden ähm äh ne weil man keine Meinung haben darf man darf keine Meinung haben ne äh man darf keine Meinung haben wie gesagt es wird einfach durchgedrückt auf Krampf alter und sagt ich muss mich erkundigen also sorry das ist finde ich dumm aber ist egal ich bin ist egal darum geht es nicht mir geht es um die Zeit die ich hier rein stecke weißt du und die Leute halten mich so sehr auf und es juckt die halt einfach nicht ne ich bin drei Tage in Folge kontrolliert worden ich habe halt nicht die Zeit Digga mich dafür mehr zu Dings wirst du ne ne man hätte es auch menschlich regeln können ist egal oder ne 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 ja ich zahle das aber trotzdem endet nichts an der Tatsache ich will dass ich die Warnung falsch finde ist mir egal jo ok ja ich zahle das ist okay aber ich sage ehrlich die Ausführung und wie es gemacht wurde für die scheiße finde ich sollte man ändern ja was hättest du besser machen was hättest du besser gemacht was fandst du scheiße genau ehrlich ja offen gesprochen ne nicht offen gesprochen weil wir wollten ja hier bleiben ok dann drücke ich es anders aus theoretisch gesehen hätte hätte man mich in die IT schicken müssen und das hätte mir mal so sagen müssen und hätte es hier nicht verwenden dürfen und dann hätte man hätte mir hätte man mir sagen müssen dass ich mir meinetwegen es umschreiben sollen keine ahnung kümmere dich mal dass deine dass deine rucksäcke größer wären oder irgend sowas ja aber den kopf hättest du dir auch selber machen können ich erwarte von den leuten und das erwarte ich auch von einem officer der rang eins ist dass er mitdenkt und mitdenken gehört auch wenn ich mir die frage stelle warum kann ich nur 250 schuss tragen und jeder andere meine kollegen deutlich mehr und wir sind nicht im kindergarten sie sind alt genug dass ich ihnen nicht erklären muss wie ihr gehirn funktioniert das kennen sie sehr gut weil sie sind kein dummer mensch da bin ich mir sehr sehr sicher vielleicht hier und da mal etwas faul oder bewusst vielleicht auch mal weggeguckt warum das nicht funktioniert aber sie müssen sich bei gewissen sachen auch eigenständig dahinter hängen und das verlange ich von ihnen tut mir leid aber dafür hatte ich momentan letzten tage keine zeit ist einfach so wie gesagt die zeiten wo ich früher hier zehn stunden waren zwölf stunden die sind vorbei ist einfach so sage ich das ist und das merkt man merke ich auch selbst ich habe es das verstehe ich ist bei mir nicht anders bin auch nicht mehr so viel hier ja aber nicht das ist auch letztendlich egal das spielt ja keine rolle machen wir folgendermaßen zahlen sie die sanktionen jetzt einfach wenn sie das einfach an und was ich ihnen mitgeben kann so wie das früher gelaufen ist läuft es ja jetzt aktuell nicht also ich kann ihnen sagen glaube ich dass da nicht so viele beschwerden reinkommen wie früher von daher denke ich dass sie sich jetzt über das erste vergehen was sie jetzt hier haben nicht sonderlich für die zukunft gedanken machen müssen dass ihnen irgendwas im weg steht ja an den nicht schicken können sie mir direkt schicken ich noch ganz kurz ergänzend dazu auch wenn der umgangston hier manchmal ein bisschen schroff ist möchte keiner von ihnen prinzipiell was böses und es werden hier auch keine person ich sag mal als person selber angegangen wenn ich ihnen sage das und das hat nicht gepasst an ihre arbeit als beispiel dann hat das wenig mit ihnen als person zu tun und dann bitte ich auch für das nächste gespräch falls ein folgen sollte oder kommen sollte in zukunft dass sie dann darauf achten wir lassen sie aussprechen und sie lassen eben auch die gegenpartei aussprechen dass das hier möglichst harmonisch abläuft verstehen sie wie ich das meine herr jackson ich verstehe schon dieses mein aber wie gesagt sie kennen meine vorgeschichten ich war ja gefühlt schon dreitausend mal und es packt mich ja einfach jedes mal hier rein zitiert zu werden ich gebe vielen leuten eine chance aber ja man hat vielleicht auch mit ihnen in der vergangenheit schlechte erfahrungen gemacht haben und sie vielleicht auch mit dem lspd aber dann müssen nicht nur wir ihnen auch wieder chancen geben sondern sie genauso dem lspd wenn sie sagen früher ist etwas schlecht gelaufen ich habe das schlechte erfahrungswerte wir versuchen auch unser bestes und versuchen ihnen da auch entgegen zu kommen mit dem hintergrund wissen dass sie da hier da vielleicht mal ihre probleme haben aber dann müssen sie genauso bereit sein die vergangenheit mal ruhen zu lassen und nicht wieder das immer jedes mal aufbauen weil das funktioniert auch nicht haben sie überwiesen ja ich hoffe es ist überwiesen perfekt ist angekommen ich zahle das gleich ein genau das andere machen die kollegen alles einfach zukünftig und wenn sie reinkommen hier ins detective büro warten sie bitte draußen detective büro ist sowas wie die geschäftsleitung also beziehungsweise arbeitet auf höhe der geschäftsleitung sagen wir es mal so dementsprechend auch da bitte der entsprechende respekt okay gut dann habe ich nichts weiter ich zahle das geld kurz an ihr könnt ihr noch sagen was ihr wollt jackson ich wünsche viel glück morgen ja das ist von unserer seite tatsächlich auch ganz kleiner zusatz noch da wird jetzt aber kein fass aufgemacht das sage ich ihnen jetzt einmal und dann ist das durch als so nose link hieros bieten i can only speak english in sich bitte nenn waffenholz an bei 8 so 50 wieder aufhören rumzuschreien vielen dank muss ich die taschen jetzt holen oder reicht reicht was morgen kommt drauf an wie lange sie da sind also prinzipiell wirst super wenn sie sich drum kümmern könnten ja ich bin nicht länger als bis 0 heute da reichen nicht dass ich da ich nie in der nächsten detektive kontrolle sitze und dann in einer stunde wieder hier stehe das problem ist halt wenn es bis 0 irgendwas ist und dann fehlt da wieder die munition ist es halt auch kritisch deswegen vorsicht selber jetzt machen und dann haben wir das hinter uns macht das lassen das heute jetzt noch bis 0 oder so durchgehen lasse das jetzt heute bist du noch durchgehen wenn da jetzt etwas passiert dann bis heute ist abgesprochen ihr wisst darüber jetzt bescheid denn aber spätestens ab morgen oder der hilfe brauchst du kannst du dich auch gerne mit mir in kontakt setzen dann machen wir das zusammen du hast den chef gehört schönen abend ich bin zu alt nun wo auch und auch und 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 ich hab ein fax bekommen ein fax ja hab ein pieper der sagt mir wenn ich ein fax bekomme in dem fax steht wann eine fallüberprüfung ist glückwunsch ich will gerne strafanzeige erstatten die hat mein herz geklaut was ich kriege wieselige 30k 1000 dollar glücksspiel ist immer so 5.000 bis 2.000 bekommen wenn glücksspiel gewinnt nur einer und zwar die bank immer 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 noch einmal tanken gehen lösen steif auf jetzt nach zehn minuten das ist für mich wichtiger als leitung aber 23 auf 15 muss das eigentlich nicht sein doch wenn ich was machen muss dann schon es ist ja nicht so dass ich mich jetzt irgendwo hin stelle im kopf gehe mache mir was für meine abteilung das kann ich in gewisser art und weise nachvollziehen nichtsdestotrotz habe ich eine priorität und das ist für mich persönlich meine abteilung und wenn ich jetzt mit jemandem reden muss der meine abteilung möchte dann geht das vor jetzt einmal das fahrzeug aufschließen ich gehe jetzt bei ihnen keine ahnung ich habe auch so was zu viel zeit das musst du selber wissen ja ne aber es ist halt dann besser wenn ich die andere streife das ist ein bisschen scheiße muss ich ehrlich sagen ne dreiviertel stunde für nichts praktisch ist schon kacke ach so ja einfach ja ja äh komm mal vorm pd besprechungsraum kannst wirklich nichts mehr hier machen da ist wirklich geistesgestört da sind die erste halbe stunde warten und dann sowas hier was hier los also wenn ich jetzt so rede oder wie ist es mir noch ein bisschen zu cringe stimmt was hat das weil ich halt das ist halt wirklich der gta zu viele gefangene leute der gas noch früher war ich ja genauso sicher ich weiß ja wie es ist ja wie aber es gibt ja genug so die machen da der macht ja egal ich will da nichts zu sagen was einfach scheiß aber auch so untergeben ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen leute lasst euch gut gehen wir hören uns morgen ich mache morgen diesen est um 16 uhr 30 danach komme ich online das ist dann so keine ahnung 18 uhr denke ich mal aber vielleicht ein bisschen später ich weiß nicht wie lange der bums geht noch schlaft schön und dann